So, wir haben inzwischen 5 Uhr durch und wir wollen mal gucken, wie es jetzt so aktuell aussieht, hier in der Pfältigz Arena, ja, die Nordkur, die Pfältig ist aber langsam Da ist schon ein Video geplant und auch da auf der Südkurve fertig ist auch noch ein Punkt Hier ist der Himmel, der ist strahlenblau-weiß Perfektes Schalke-Wetter Und die Sonne am Dach, die geht auch langsam weg Spätestens beim Heimspiel gegen HTW C Berlin, wenn es so schön wird Da werden wir aber richtig schönes Wetter dann sehen hier Und dann mal gucken, wie das so ist So, bis gleich, euer Schalke für 2019, bis gleich und Glück auf!